Ja, Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge hier am Malheim-Dienstag. Liebe Leute, es ist wieder Dienstag, Malheim-Dienstag. Es wütet der Tornado-Horsti draußen, der Tornado-Horsti. Und wenn es dann irgendwann einmal aufgehört hat zu regnen, bin ich auch schon wieder bereit zu bauen, liebe Leute. Was bauen wir? So, wir werden einmal die ganzen Sachen hier weglegen, die wir in der letzten Folge, letzte Woche gelootet haben. Grünzeug zum Beispiel, da haben wir das hier. Dann haben wir Harze. Dann, was haben wir noch? Grünzeug, Grünzeug, Grünzeug. Da haben wir nichts mehr. Tropse. Da haben wir Nixenschwänze, vier Stück. Krauzwergenaugen. Ja, Leute. Lalalalalala, Steine, was haben wir? Leder und Trophäen, da haben wir jetzt nichts mehr. Lederreste doch. Jo, Holz und Stein, das brauchen wir, das kann es ja nicht sein. Und wir bauen ein kleines Lager. Und zwar mit dem hier. Ja. Ähm. Werkbank haben wir keine dafür, oder was? Jetzt hat es wieder aufgehört. Äh, Leute. Äh, Leute. Äh, hä? Okay. Äh, normal. So, da werden wir schauen, dass wir da irgendwas hinbauen. Ja, das mit dem Ebenen habe ich jetzt noch immer nicht ganz draußen, wenn ich ehrlich bin. So, wir, wir machen hier auf jeden Fall einmal, nehmen, nehmen wir uns einmal den Hammer. Und bauen einmal voll, äh, bauen einmal etwas. Also, wir werden einmal Holzstufen bauen. Die werden wir uns hier hinbauen. Dann, was werden wir uns dann machen? Hier. Ja. So, dann werden wir uns jetzt einmal diese Hacke hier nehmen. Okay. Ähm. Okay, dann werden wir so Holzstreben machen. Also, es ist gar nicht so einfach, jetzt im Moment irgendwas zu zaubern. Holzpfosten. Dann werde ich auf jeden Fall einmal eine Werkbank machen. Äh, eine Werkbank hier hinstellen. Bauen, 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 bauen. Was haben wir da denn noch? Was haben wir da denn noch? Ja, hier. Holz, haben wir noch genügend Holz? Kein Holz mehr. Oh, Leute. Ich habe was vor, Leute. Ja, wir brauchen Holz. Wir bauen einmal eine kleine... Es wird ein kleines Häuschen werden. Ja, ich bin wieder euer Magier. Euer heiliger Magier. Auch genannt der Horst. Leute. Ja, ist so. Und wir machen weiter. So. Genau, das machen wir so. Jawohl. Sehr gut. Das wird unsere Schatzkammer. Na bitte. So, dann werden wir noch solche Holzstreben machen. Können wir da unten eigentlich rein? Nö. Doch, können wir. Hehe, Wahnsinn. Hä? Okay. Aber wir gehen jetzt schlafen. Es ist schon wieder dunkel, Leute. Ja, 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 so ist das. Ja, das ist eigentlich für diese Aufnahmesitzung die letzte Folge. Ja, eine Stunde wurde Let's Played mit Pause drum und dran. Eineinhalb Stunden. Ja, passt ja vollkommen. Ich Let's Play ja sowieso wieder nach. Dann für nächste Woche. Für die nächsten drei Wochen oder so oder vier Wochen schauen wir mal. Jetzt waren es drei Wochen, wo ich produziert habe, vorproduziert habe. So, wir schauen mal auf diese Werkbank. Werden wir Sachen reparieren. Sehr gut. Und was machen wir jetzt? Ähm, schlafen. Ja, meinen Kaffee habe ich schon ausgetrunken. Der ist jetzt nicht mehr am Start. Du träumst an einem Fluss, der den Berg hinauffließt und von grünen Sprösslingen, die sich dem Erdreich entgegenstrecken. Ah, super. Na toll. Gemütlich vier. Es geht doch immer so ein Sturm, Leute. Tag 27 in Folge 26. Na, ist das toll. So, da mache ich mal eine Wand hin. Hier eine Türe. Da oben mache ich ebenfalls noch eine Wand hin. Hä? Was soll das jetzt? Da machen wir eine Türe hin. So, das wird der kleine Raum. So, mal schauen. Ob es das ausgeht. Na, Leute. So. Passt, ne? Würde ich mal sagen. So, dann machen wir da weiter. So, das war's dann auch mit dem Zauberraum. Äh, mit dem Zauberraum, sag ich. Mit dem, ähm... Mit dem, ähm... Gebütes. Braucht das auch einen Unterschlupfer oder was? Werkbank. Neither. Holz habe ich keine mehr na geh das wollte ich jetzt nicht so ja und dann hier sollte normalerweise passen weg hier ja die Folge ist ja auch schon bald hinüber Leute und eben das das ist ja Wahnsinn wie die Zeit vergeht Wahnsinn Ja, lassen wir das. So, ich hole mir wieder Holz. Hole mir wieder Holz. Das wird dann die Schatzkammer werden. So, ich hole mir wieder Holz. Dann sollte ich ja bald wieder Holz hacken gehen, Leute. Aber jetzt auf jeden Fall nicht. Jetzt auf jeden Fall nicht, Leute. Und einmal mache ich es noch. So, dann kommt wieder so eine Strebe hin. So, dann kommt wieder so eine Weile. Da muss ich auch ein bisschen auferden. Steinfeld. Leute. Oh, das ist ein bisschen mühsam, würde ich mal sagen. So, dann holen wir ebenfalls ein paar Steinchen raus. So. 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 Sollte normalerweise passen, kommt wieder der Hammer. Jawohl. Sehr gut. Perfekt, Leute. Perfekt. So. Wie schaut es eigentlich aus? Da kommt die Schatzkammer hin. Ist voll okay. Dann machen wir die Wände. Die Wände. Die Wände. Die Wände. So. Können wir irgendwo Zäune machen oder so? Wie schaut es aus? Zäune. Holzwand halb. Ja, ist okay. Können wir machen. Ja, super. Schaut doch gut aus. Hier ebenfalls noch. Ja, ist das toll, Leute. Ja, wird ja cool. Mein erster richtiger Bau. Ja, das läutet. Wahnsinn. So. Dann werden wir hier nach draußen auf jeden Fall einen Boden machen wieder. Nö. Andersrum. Andersrum. So. Ja. Weil ich habe nämlich was vor. Was hat er da vor, Leute? Ja, fragt euch das. Ihr könnt euch das ruhig fragen, lieber Leute. Was er da vor hat. Was ist denn da jetzt? Okay. Naja, ist ja egal. Weil ich möchte schauen, dass ich einen Zaun mache, das quasi als Falkon nehme. Gut. Aber dann in der nächsten Folge, Leute. Es speichert es gerade. Ja, genau. In der nächsten Folge, die Folge ist schon wieder vorbei, liebe Leute. Würde ich einmal sagen. Und... Ja, dann macht es uns gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm... Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Wahlheim-Dienstag mit der nächsten Folge. Das wäre dann die Folge 27, liebe Leute. Und... Ich verabschiede mich als Magier. Werde mich wieder abrasieren, komplett. Von vorn bis hinten. Schauen wir mal, äh... Wie ich dann nächste Woche ausschaue. In der nächsten Aufnahmesitzung dann auch. Und das war die Aufnahmesitzung für dieses Mal. Ich sage Game Over. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.